EA hat Minecraft aufgekauft und wir testen heute exklusiv die allererste Minecraft-Version von EA. Grafik ist auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und bauen einfach mal Holz ab. 2,99 Euro zum Abbauen. Ist das euer Ernst? Okay, ich will ja sehen, was hier neu ist. Deswegen, meinetwegen, ziehen wir die Kreditkarte einmal durch. Okay, ja, wir können abbauen. Also, das ist mir irgendwie neu, dass man abbauen, bezahlen muss. Aber gut, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich nicht mehr mehr bezahlen, nicht mehr viel bezahlen. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal ganz normales Holz und ist nicht euer Ernst! Okay, nehmt meine Kreditkarte und gut ist alles klar. Okay, das Ganze ist bezahlt. So, jetzt sollten wir alles können. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal unsere erste Base, fangen gleich an zu fahren, machen alles ganz entsch... Nein, das war's jetzt mit der Kreditkarte. Like und abonnieren für mehr!